Etwas, das verstärken kann, ist extra Bauchfett. Vitamin C hilft dagegen. Einfach eine bewusste Ernährung, kontrollierende, in Ordnung haltende Ernährung ist durch Zucker gekommen, auch wenn es aus Fett besteht. Schuldig wie angeklagt. Etwas anderes, was passiert, wenn man Fleisch isst, Zucker und Salz, ist, dass es saurer wird, oder dass der Mann saurer wird. You become more acid. Yes, the body becomes more acid. And you can't hold oxygen in the tissue as well. Und du kannst nicht so viel Sauerstoff behalten, speichern. In that first few weeks and months as an embryo, In diesen ersten paar Wochen als Embryo Wandert das Ei in den Uterus, Gebärmutter Und nistet sich ein Und macht eine Plazenta Und dort bekommt sie Sauerstoff. Aber zu Beginn hat sie noch nicht viel Sauerstoff. Und die Zellen teilen sich und teilen sich und teilen sich. Wenn mal der Sauerstoff dazukommt, beruhigen sie sich. Und das Wachstum ist nicht mehr so exponentiell, sondern ist kleiner, ausgeglichener. Wenn du zulässt, dass dein Körper übersäuert, Dann schaffst du diese Situationen. Und die kleinen Zellen wachsen wie ein Embryo wächst. Darauf kommen wir noch zurück. Es gibt natürlich viele, viele andere Faktoren. Gewisse Krebsarten sind natürlich vererbt. Manche werden verursacht durch Gifte, die dem Körper zugefügt werden. Und auch Chemikalien, die krebsauslösend sind. Und es braucht oft viele, mehrere dieser Faktoren, damit ein Krebs entsteht. Weil wunderbarerweise hat unser Körper eine hohe Selbstheilungsmöglichkeit. Es ist wie ein Kessel oder ein Kübel. Wenn er zu voll wird, dann fließt er über. Das sind Bluttests, die die Ärzte machen können. Sehr einfache und günstige Tests. Das können dir zeigen, wie toxisch dein Patient ist mit diesen Chemikalien und heavy Metals. Without measuring them directly. Und diese Tests zeigen, wie giftig oder wie viele dieser negativen Stoffe bei jemandem im System sind. Wir können nicht eine Milliarde verschiedener Chemikalien testen. Aber wir können den Effekt von ihnen testen. Wir können den Effekt von ihnen das Leitungsmöglichkeiten Wir können den Effekt von ihnen Wir können den Effekt von ihnen Und die Effekt von ihnen